Und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, wie beim letzten Mal hier aufgehört, stehen wir vor unserer 42er-Story-Instanz und wir werden uns die jetzt einfach mal angucken, oder? Ja, Instanz betreten. Böses Eis. Oh nee, stimmt, ich hab ja die Guaggan gewählt. Hey, Tribble! Na? Alles fresh? Ich find den cool. Ich hab leider noch keinen Elite, den ich unter Wasser einsetzen kann. Das find ich ein bisschen schade. Äh, mal gucken, ob ich da überhaupt einen habe. Müsste ich aber. Äh, hu! Seid ihr vom Orden der Gerüchte? Maranus, Nier, wie auch immer, hat gesagt, ihr würdet uns ins Dorf der Guaggan kommen. Wir sind die, die ihr gerufen habt. Die Geister, die ihr rieft. Hm. Immer mehr Sammler von Guaggan verschwinden. Sie gehen, um Nahrung und Vorräte zu sammeln. Aber sie kommen nicht wieder zurück. Unser Dorf, wie auch immer, benötigt Vorräte. Mehr als je zuvor. Warum? Warum? Warum brauchen die Vorräte? Hallo? Fuh, ja. Genau, das würde ich auch sagen. Guaggan weiß. Aber, Dingsbums, hat gesagt, nicht zu verraten. Und euch zu ihr zu bringen, sobald ihr hier seid. Folgt Guaggan und Guaggan bringt euch ins Dorf. Dort gibt es Antworten. Okay. Ich finde die so geil. Ich mag die. Alleine schon eine komplette Unterwasser-Rasse. Ich finde die Idee richtig geil. Ach, da oben. Die Wasser ist getting colder, ja. Oh, Guaggan ist glücklich. Du bist hier, um Nahrung zu ihnen. Und du bist? Wir sind diejenigen, die zu helfen. Dich uns über das Problem in deinen eigenen Worten, Voranos. Das, ich glaube, wird das viele Oooo sein. Oh, vielleicht doch kein, äh, Quest außerhalb? Kann das sein? Äh, Unterwasser. Nö, Quest außerhalb. Brain Lag. Okay, gehen wir mal hier neben hoch. Das wäre natürlich echt optimal, wenn wir nicht unter Wasser kämpfen müssten, weil, wie gesagt, so toll es da unten aussieht und so lustig und super toll. Ah, die Skills sind alles unter Wasser und so angepasst, aber, äh, nee, ich brauche es jetzt nicht. Und ich gehe jetzt erst hier neben sammeln, bevor ich da reingehe. Wie gesagt, alles mitnehmen, was man kriegen kann. Das Kaninchen noch töten. Hallo? Danke. Instanz betreten. Böses Eis. And again. So, da ist Shazoo. Höh, die Gathering Grounds sind am besten auf der Mountain. Quaggan entsprachet sich für sich so wenig auf der Land, aber es wird nicht zu lange dauern. Wir werden dich da. Aber sag mir, warum sind deine Gatherer so weit weg von dem Meer? Schmerz Eis. Quaggans fließt nach dem Weg, um es zu escape. Aber der Schmerz Eis folgt. Jetzt machte der Meer zu schmerz und zu schmerz, um zu unterstützen, oder Quaggans zu unterstützen. Schmerz Eis, eh? Ich würde es sagen, Ice-Dragon-Corruption. Any chance, dass du wieder aufhören kannst, findest du einen Ort wirklich sicher? Not until Quaggans' Eggs hatchen. They can't be moved and must be tended carefully, or this generation of Quaggans will be Quaggans' last. Can't go, can't stay. That's a tough position to be in. We'll deal with your bad Eis-Problem shortly, but for now, let's find these missing Gatherers. Okay, das ist, äh... Ja, das ist diese Korruption vom Eis-Drachen Jormak. Der zweite der Drachen. Okay, ich glaub, es geht hier rein. Und es gibt noch zwei, Brimodus und, äh, Kathorik. Aber im Grundspiel von Guild Wars 2... Okay, im Grundspiel von Guild Wars 2 geht's erstmal nur wirklich primär um Seitan, der halt... Okay. Aua! Müssen wir das töten? Ne. Gehen wir einfach mal. Das war anscheinend nur so ein... Ah! Ah, ich verstehe. Oh! So. Und diese Stoßwinde. Ja, die sind wahrscheinlich auch korrumpiert. Das ist das, was den Norn auch da oben die ganze Zeit passiert. Ja. Ja. Genau. Aua. 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 Hallo? Darf ich aufstehen? Danke. Ne, offensichtlich darf ich nicht aufstehen. Äh. Komm, Feuer ist doch bestimmt gut dagegen. Oh, Mann. Mann. Das Niederwerfen, das könnt ihr euch echt sparen. Mal kurz hier... Äh. Was? Ich bin doch an dem einen noch dran. Ihr seid doch alle komisch. Komm her! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dieses Mal nicht, meine Lieben. Dass dieses Ding auch hier immer stationär ist. Komm her. Nein. Nicht töten. Töten ist böse. Töten ist böse. Dass die Dinge auch immer umschmeißen müssen. Ich finde das ein bisschen störend. Ich hoffe, das war's. Oder? Ja. Haha. Das ist wirklich ernst, Shashu. Das Korrupted Quaggan wird mehr Schmerzen machen und bringen mehr von Jormag's Minions auf deinem Stadt. Du musst ihn evakuieren. Oh, Quagans kann nicht weg, bis die Ecke werden. Wir müssen mit Passkeeper Oldu sprechen sprechen. Er kennt viele kraftvolle Befehlungen. Das ist ein Start. Die starken Befehlungen sind immer gut, aber die starken Offenzen könnte besser sein. Können Sie die Leute kämpfen? In der Krieg, Quagans verlieren Kontrolle. Quagans mag nicht kämpfen. Außer für Roush. Er hat es preferiert. Es verbringt die Stadt. Also lebt er allein. Wenn er zurückkommt, könnte er eine Unterschiede machen. Die Quagans von, wie auch immer, brauchen jede Unterstützung, die sie kriegen können. Was ist besser? Angriff oder Verteidigung? Oldos Schutzritual oder Baroos kämpferische Fähigkeiten? Öhhh... Schutz der Eier? Reden wir mit Oldo? Oder... Die Eisbrut rechnet sicher nicht mit Widerstand. Lasst uns Baroos rekrutieren. Ja, das machen wir doch. Okay. So, jetzt kriegen wir noch eine... Öhhh... Wäh? Man entdeckt seltene Komponenten. Okay, da werde ich mir auf jeden Fall die Spitzhacke holen. Jetzt. Ah, die hat sogar... Hm... Ich verstehe. So, räumen wir erstmal kurz noch das Inventar noch ein bisschen auf. Nee. Und werden jetzt mal hier das Ding verlassen. Mal gucken, wo man als nächstes hin müssen. Wenn das nicht so weit ist, machen wir das direkt noch im Anschluss. Da oben ist erst noch eine Portmarke und... Hä? Ach, ganz da unten? Okay. Gehen wir da oben noch den Port herholen. Ein bisschen hier beschleunigen. Ich spreche noch kurz da oben mit diesem Speer, dass ich schon mal die Herz-Events angezeigt bekomme hier in dem Gebiet. Auch wenn ich eigentlich hier nichts mehr verloren habe, wenn es nur von 40 bis 50 geht. Aber, äh... Ja. Für später. So, und ich glaube, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, werden wir mal nach hier unten porten. Kostet zwar, wie gesagt, mittlerweile einen richtigen Haufen Geld. Aber das ist es mir jetzt gerade mal wert. Weil wir kriegen die auch jedes Mal wieder ordentlich. Also, hm. Ich habe jetzt nicht so die Geldmangel hier mit meinen 4 Gold. Fast 5 Gold. Dann kann man das schon mal machen mit den Porten. Ja, ich weiß, später auf Stufe 80 ist das gar nichts. Und... Baba. Aber, hey, ich bin noch nicht Stufe 80. Ich bin noch nie mal in den Gebieten, die für mein Level, äh... irgendwie gedacht sind. Hehe. Eine andere persönliche Gewalt. Ja. So. Das ist auch gleich schon da unten. Machen wir uns noch mal ein bisschen schneller. Wer steht da? Infected Master. Infected Master. Das ist ein Spieler, ja. Ach, einmal diese... Ich weiß ja nicht, also... Hm. Was sich manche Leute mit... Oh, guck mal! Ich finde die so niedlich. Was sich manche Leute bei ihrer Namensvergabe denken. Oh, schau an ihn. Jeder kann ihn sehen. Wie ist er da? Okay. Wollen wir ihm mal kurz helfen? Ich denke mal, das sollte jetzt nicht so das Thema sein, ihn hier zu retten. Oh, da kommt da der Wolf auf mich zu. Was soll denn das? Komm her. Wenn du unbedingt noch die Schnauze haben willst, so komischer Wolf, dann... Bitteschön. So. Ein bisschen Chaos-Sorgen hier. Naja, da kommt doch jetzt was... Ah! Ich glaube, das gefällt mir nicht. Okay. Boah! Die habe ich nicht kommen sehen. So. Ah! Lass mich bloß in Ruhe. Kann man kurz konzentrieren, weil die machen doch schon ordentlich Aua, möchte ich meinen. So, aber... Wir sind mittlerweile so gut eigentlich ausgerüstet. Ich kenne mich ja auch schon ein bisschen mit meinem Charakter jetzt aus. Das sollte jetzt nicht das Thema sein. Okay, was hat er uns zu erzählen? Oh Gott! Sie sind... Oh. Oh. spel. Dieser Order-Og-Whisper-Speople kamen zu sprechen. Falu-Alu ist in trouble. Oh! Baruch, bitte. Es tut mir Leid, Quaggan zu sehen dich so. Schön, zu treffen. wenn du nicht möchtest, ich sage, nicht mehr sah einen Quaggan ... mit so ein ... ...attitude. Es ist, eh... ...refreschend. The others don't like Quaggan's lack of shame, but this form is part of who Quaggan's are. So Quaggan protects Faluhalu from Bad Ice Giants and their wolves from up here. Bad Ice Giants? Like that corrupted Norn we fought, yes. Listen, those giants and wolves are making Bad Ice Quaggan's. And they're coming for Faluhalu. Quaggan would have to see that for Quaggan's self. Quaggan will trail the wolves to their den. If what you say is true, Quaggan will help. Okay. Quaggan will guard you. Lead on. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Eisbrot-Wolf. Komm her! Kleiner Potzer. Chup. Und chup. Und chup. Sie kämpft doch mit. Oder schmeißt sie nur Schnee. Sie ist auf jeden Fall Elite. Da sind wir nicht. Ach so, sorry. Äh. Oh. Bad Ice Wounds. Trouble War. Back to Faluhalu. 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 Wow. So, wenn wir das Ding hier auch mal rausnehmen. Da ist nämlich lustigerweise ein Ding drauf. Okay, wir müssen hier... Ja, das meine ich. Die Nornen werden halt von denen ziemlich korrumpiert. Hoppala. Ah, ich stehe da irgendwas drin. Ja, jetzt verstehe ich, was hier passiert. Die haben irgendwas nach mir geschmissen, ne? Na, komm. So. So. Ah. Erwische ich den von hier? Ja. Ah, das ist doch blöd so. Oh, Mann. Komm. Hau zu. Ja. Das war zu spät mit dem Zuhauen. Dann zieh dich wärmer an, wenn du frierst. Jetzt mal ohne Mist. Muss ich jetzt echt darüber nicht beschweren. Wer hier so in der Schneewüste rumläuft. Okay, einer ist down. Fehlt nur noch der andere. Und der ist auch down. Ach, und die Eisformation halt noch. Ach, dem Zeug kann man aber eigentlich recht gut ausweichen. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich gefördert? Ach, ihr seid doch alle komisch hier, Mann. Hm. Wollte grad sagen, irgendwie passiert da nix. Ach, die sind stationär. Ah. Mehr oder weniger. Zeit, um ein paar realen Damage zu machen. Gott, den da hinten gibt's ja auch noch. Auf wen schieße ich jetzt eigentlich? Ich möchte gerne erst auf den schießen. Ah, komm. Danke. Ich glaub, ich muss hier gleich mal meine Utility-Skills was auswechseln. Den da hinten werde ich jetzt wohl nicht brauchen. Demnächst. So. Äh. Bum, 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 bum. Geh ich mehr auf Illusionen, oder? Oh, ich pack mir den mal ein. Einfach nur für den Fall, dass er, wenn ihm gleich irgendwie alles voll mit Gwaggan ist. Ha, ha, ha. Wie unverwundbar. Bade Eis korrupte diese Gwaggan. Ja, super. Machen wir das doch. Tybald, du weißt aber schon, dass, äh, die Gwaggan da vorne sind, nicht da hinten. Naja. Und es sind viele. Es sind verdammt viele. Lass mich bloß in Ruhe. Komische Teile echt jetzt. Ich finde euch ja ganz niedlich, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Aber das hätte mir eigentlich klar sein können, dass das hier so endet. Weil ich auch schon die 40er Quest von anderen Rassen gesehen habe. Und das ähnlich abläuft. Ich muss mich ja alles aufsammeln. Oh, da sind noch weitere. Die armen Viechers. Ja, das sind ja nochmal genauso viele. Was geht denn hier? So, zack, zack. Quaggan Blatt. Schön in dem AOE von meinem Ding da stehen bleiben. Ja, das macht ihr gut so. Was will der denn von mir? Ich seh halt auch nix. So. Macht erstmal, dass ihr Land gewinnt ein bisschen. Nein, werdet ihr nicht. Das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Dass ihr mich töten werdet. Äh. Und jetzt da hinten noch. Dem geht's gut. Das ist schön. Das müssten dann auch eigentlich schon die letzten sein, oder? No, sieht ganz danach aus. In der Ecke war auch nix mehr. Ja, ja. Laber mich. Mal komm her. Mal komm her. Äh. Helf den bedrohten Quaggan. Was? Wo? Wann? Wie viel? Ach, da. Nein. Warum sieht er plötzlich am besten aus? Quaggan ist schmerzend. Sie sterben. Hilf Quaggan. Mach das Ende schnell schnell. Nicht so. Quaggan ist hier. Oh. 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 Die Körperschaften können nicht die Körperschaft stoppen. So eine Konfirmation, und wie groß ich bin. Nur noch eine Konfirmation und wie groß ich bin. Das ist echt schade, dass sie die ganze Zeit... Oh Mann, arme Quang. Ich hätte auch eigentlich meine Elite zünden können. Hm, na jetzt ist es rum, jetzt lohnt es sich glaube ich auch nicht mehr. Ah, gucken wir uns die Zwischensequenz an. Hm. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ausgang. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ja, Quaggan wird, und du kannst dich kämpfen. Für Falu Alu. Quaggan kann dich besuchen, Barouche. Danke. Es wird nicht lange bevor die Züge enthiert. Mit deinem... ...machstum und gewaltt. Falu Alu hat eine Chance. Schöne. Schöne. Lachen wir alle zurück in die Stadt. Wenn sie kommen, werden die Drainbrot nicht erwartet. Sie werden uns überrascht, wenn sie uns finden. Ja, wahrscheinlich. Oh, wir kriegen schon wieder eine Belohnung. Haha. Okay, was haben wir hier? Quaggan-Anhänger. Hä? Hör mal auf daneben so rumzuspacken. Hey, der ist gar nicht so... Ja, ist halt ein Heiler-Ding, nee. Haha. Ich glaub, ich werd mir den auch... Okay, ich kann ihn mir gar nicht weiter zum Heiler-Teil machen. Muss ich wieder selbst irgendwas herstellen? Äh, was nehmen wir hier? Hm, Kraft-Präzision, Kraft-Vidalität, Vidalität, Zähigkeit. Ich glaub, Kraft-Präzision macht jetzt in diesem Ding mehr Sinn. Was haben wir hier? Hoppala. Ausrüsten wollte ich's eigentlich nicht. Ich wollte's mir angucken. Hä, nee. Ganz bestimmt werd ich das nicht anlegen. Aber, wie ich grade auf der Uhr sehe, hab ich, glaub ich, auch schon ein bisschen überzogen. Ja, ich hab überzogen. Ganz schön sogar. Ja, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Let's Play Guild Wars 2, unser Stufe 47-Quest. Wir schützen das Dorf der Quaggan. Bleibt anständig und bis dann!